Hallo Lara! Hallo! Hallo Atmos-Freunde! Ich freue mich sehr, dass Lara Ochmann, die Profifoxlerin, heute bei uns zum kurzen Fotoshooting noch einen Termin frei hatte. Denn am Samstag, kommenden Samstag, hast du deinen nächsten Profi-Camp. Kannst du gleich was zu sagen? Und ich freue mich, wir wurden angesprochen, ob wir sie nicht unterstützen können. Und da haben wir sofort spontan Ja zugesagt. Zum einen ist uns der Sport ganz wichtig und zum anderen freue ich mich auch ganz besonders, kommst du ja von einem Hof, wo Atmos nicht ganz unbekannt ist. Lara, erzähl mal, Samstag, was für ein Kampf ist es? Gegen wen trittst du an? Also, am Samstag ist für mich persönlich der größte Kampf meiner Karriere bisher. Ich darf auf der SES-Bühne Magdorokkämpfen am Elbeauberpark auf der SES-Bühne. Und für mich ist es jetzt erst mal ein Kampf, um wieder reinzukommen. Ich tritt gegen eine Italienerin an, die genauen Namen. Ich möchte jetzt nicht falsch aussprechen. Kein Problem, kein Problem. Genau. Sechs Runden im Federgewicht. Ich freue mich riesig drauf. Und den Kampf, den können alle, die ihn sehen wollen, im MDR dann mitverfolgen. Das ist dann Samstagabend. Boxen live im MDR. Also, wenn ihr nichts weiter vor habt, schaut mit rein. Da sehen wir Lara auch mal. Und jetzt noch mal, was kannst du zu unseren Kesseln sagen? Die sind dir ja nicht ganz unbekannt. Die sind top, auf jeden Fall. Heizen sie uns und Schildau. Immer schön warm, das Haus, ne? Prima, klasse. Lara, ich danke dir für deine Zeit. Ich drücke dir ganz fest die Daumen für deinen Kampf und ich denke, viele, viele Atmosheizer werden das ebenso mit tun. Dann toi toi toi. Vielen lieben Dank. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.